Ja hallo, ich befinde mich hier in der ESL Halle, im Hintergrund seht ihr die große ESL Bühne, auf der wir gestern Maus geschlagen haben. Ich führ euch jetzt einfach hier mal ein bisschen rum und zeige euch die Tournament Area und später gibt es dann mehr dazu zum CS Team, die bereiten sich gerade vorschauen, ein bisschen Demos und wir sehen uns dann gleich wieder weiter. Viel Spaß! Ja, hier sehen wir jetzt die WoWler. Das WoW-Turnier ist gerade in vollem Gange. Oh, hier. Ein alt gekanntes Gesicht. Ich bin doch hier so ein Bissi-Mensch. Achso, dann lasse ich dich ja in Ruhe. Hier kommen wir dazu. Wir hatten den Best von einem Washi. Alle schwer beschäftigt gerade. Wie man das so von solchen großen Events kennt, haben wir auch ein bisschen Zeitverzögerung, was uns wieder die Zeit gibt, uns ein bisschen einzuspielen, Demos zu gucken, bevor wir dann auf den Gewinner von SK gegen Phanatic treffen. Ja, ihr seht, alle WoWler hier von den PCs mit ihren Charakteren. Wir hatten leider überhaupt nichts, aber wir scheinen ja doch eine ganz große Anhängerschaft hier gefunden zu haben, wie man sehen kann. Ja, hier seht ihr die ESL-Bühne. Auf der ESL-Bühne konnten wir gestern mal ausschlagen. Das waren unsere Sitzplätze. War relativ voll mit dem Publikum her und war auf gute Stimmung. Von der Lautstärke her ist es eigentlich auch ganz human hier. Ja, jetzt habt ihr mal so die Main Area gesehen. Wir sehen uns dann einfach später wieder. Dann werde ich euch ein bisschen Einblicke ins Test-Team geben.